jo was geht meine sellivalisten willkommen zurück zu fortnite ja gratis items nur fürs spielen das ist doch geil wünscht sich jeder und hey es ist soweit ihr bekommt fürs spielen gratis items und wie eigentlich ganz simpel ihr seht schon ich bin hier auf der website die werde ich euch selbstverständlich unten in der beschreibung verlinken was müsst ihr da tun bzw was gewinnt ihr und zwar gewinnt ihr hier dieses spraymotiv diesen emoticon und diese waffen lackierung hört sich doch schon mal geil an aber was müsst ihr dafür tun ihr seht schon schritt 1 lockt euch ein das heißt wir gehen hier auf diese seite ihr geht hier auf login oder hier unten auf login lockt euch ein spielt einfach fortnite einfach nur fortnite spielen aber dazu kommen wir gleich noch dazu und schritt nummer drei bekommen einfach alle belohnungen so spielt fortnite gehen wir mal runter ihr seht schon complete trials here is your progress earn eleven badges and get all the rewards also auf gut deutsch das ist also ich übersetze es euch mal frei auf deutsch hier ist ein fortschritt verdiene elf abzeichen und bekomme alle belohnungen ihr seht schon das lantern spray dann hier noch den warrior emoticon und lantern glow rap so was müsst ihr machen ihr seht schon every 40 min also alle 40 min bekommt ihr ein abzeichen ihr seht das heißt ihr müsst einfach 40 minuten spielen dann bekommt ihr schon dieses spray motiv dann die weitere 40 minuten nochmal 40 minuten nochmal 40 minuten und beim sechsten mal wenn ihr 40 minuten gespielt haben bekommt ihr schon diese emoticon und dann spielt einfach weiter ihr müsst insgesamt elf mal 40 minuten spielen um alle drei belohnungen zu bekommen jetzt muss ich mal ganz schnell rechnen 11 mal 40 minuten sind sieben stunden und 20 minuten die ihr einfach nur spielen müsst und zwar erlaubte oder halt in modis wo es funktioniert wäre solo duo trio und squad also spielt einfach ein von diesen vier modis ungefähr sieben und ihr bekommt dann eure drei geschenke arena ltm also limited time modes und creative sind davon ausgeschlossen also ihr müsst auf jeden fall solo duo trio oder squad spielen damit ihr da schon bescheid wisst aber ihr könnt hier schon immer sehen sobald ihr euch eingeloggt habt wie weit ihr noch braucht bis zu den nächsten 40 minuten das wird hier dann angezeigt ich werde mich da auf jeden fall einloggen ich werde es machen werde ich halt mal wieder mehr fortnite spielen und euch empfehle ich auch noch hier mal bei twitter auf diesem profil vorbeizuschauen empfehle ich euch denn hier bekommt ihr immer den täglichen shop zu sehen ihr bekommt leaks ihr seht schon muskelkater und 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 auch poste ich hier und da mal ein paar codes und ja schaut auf jeden fall mal auf mein twitter vorbei wenn ihr immer auf dem neuesten stand sein wollt ne und dann würde ich sagen an der stelle wünsche ich euch viel spaß beim fortnite spielen ihr könnt mir gerne auf discord eure preise oder euren fortschritt mal präsentieren postet einfach mal ein screenshot von oder bei mir auf twitter wird mich brennend interessieren an der stelle bin ich raus hoffe euch hat das video gefallen wenn ja gerne ein däumchen nach oben und wenn ihr neu hier seid gerne auch ein abo und dann würde ich sagen macht's gut haut rein und ciao ciao und dann würde ich euch mal auf einmal 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 auf